Ähm, ja, wir haben ein Lied aus den Jahren 1992 heute, die Fantastischen Vier. Hallo, Herr, hallo, alles klar? Ja, es ist schon wieder Freitag, es ist wieder diese Bar und ich musste jetzt erzählen, was wir wieder fahren. Jetzt seh ich die Zukunft positiv, denn ich bin optimist. Moment, was geht's? Ich sag's dir ganz konkret. Am Wochenende hab ich mir den Kopf verdreht. Ich traf eine junge Frau, die hat mir ganz gut gefallen. Und am Samstag in der Disco tägliches Dekord knallt. Sie stand dann so dabei und wir haben uns unterhalten. Und ich hab sie eingelagt, denn sie hat sich so verhalten. Wir haben viel Spaß gehabt, wir gelacht und was ausgemacht und uns nochmal getroffen. Und den Nachmittag zu sein, nur was wir kriegen wir ans Kilo, hatten noch ein Rondiput. Und dazu sie hat geführt? Ja, gehört ja wohl dazu. Ja, und sie ist so elegant. Sie hat auch alle Hand, du solltest sie wirklich mal treffen, denn ich fiss hier sehr charmant. Mensch, es ist Sila, die bei der Bratwurst steht. Nein. Die da, die dir den Kopf verdreht. Nein. Die da, die mit der dicken Jacke an. Nein, das ist die Frau, die Freitag für dich kann. Die da, die da, die da, die da. Es ist die da, die da, die da. Oder die da, die da, die da, die da, die da. Die da. Nein, Freitag ist es nie da. Herzlichen Glückwunsch, Markus. Toi, toi, toi. Du könntest dir sicher sein, dass ich mich für dich freu. Ich selber bin auch froh. Und falls es dich interessiert, mir ist zum Wochenende was ganz ähnliches passiert. Es war Sonntag und trinke Tee in dem Kaffee, als ich diese schöne Mädel am Tresen stehen sehe. Gesinn ich mich dazu, hab ein Tee für sie bestellt. Naja, ich gebe zu, ich hab getan ein Zettelgeld. Und alles lieb, wie gespielt. Doch was mache ich mir so? Denn wir reden und verabredeten uns für übermorgen. Ich wollte mit ihr ins Kino gehen, stattdessen waren wir essen. Denn sie hatte den Film schon gesehen. Die Hieße war angemessen. Sie ins Restaurant zu führen, separiert mit Kerzenlicht. Und dass sie die Rechnung bezweigt. Ach Quatsch, natürlich nicht. Doch sie sagte zu mir doch, dass wir jetzt miteinander gehen. Und seitdem lasse ich darauf, sie wiederzusehen. Es ist die da, die da am Baum steht. Oder die da, die da steht. Es ist die da, die mit dem Grünfolie an. Nein, es ist die Frau, die Freitags nicht kalt. Es ist die da, die da, die da, die da. Es ist die da, die da, die da. Oder die da, die da, die da. Ich weiß es auch nicht. Oder die da. Wollen wir uns nicht? Weiß es doch nicht. Ich weiß es nicht. So, ja, so viele Leute hier. So voll, ich sehe sie gar nicht. Aber was wir alle sehen können. Das ist der nächste Höhepunkt in diesem Lied drinnen. Und zwar ein Piano-Solo von uns am besten und schönsten Mann hier auf der Bühne. Jan Foges. Go, 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 go. Go, Foges, go, Foges. Oh, diese flinken, flinzeflinker. Tja, hey, tja. Da haben wir beide viel gemeint, seit letztem Wochenende sind wir beide nicht mehr einsam, bist du mit ihm zusammen? Ja, ich hab mir vorgenommen, möglichst bald, mit dir, zusammen, abzukommen. Viel Spaß damit, danke. Doch eins mit mir zu denken, warum muss ich ihm die ganze Zeit nur geschenkt geschenkt? Wem sagst du das? Ich bin schon wieder blank, doch dafür hat Jan jetzt ne geile Jacke im Schrank. Ja, bei mir kam er noch nicht mit nem neuen Kleid an und da haben wir nach dem Frag, wie er sich das leisten kann. Und ich hab's euren Freitag, doch er ist nicht da, ey. Moment mal, reden weg, da steht Jan, ja. Und ja, der hinterm Keyboard steht, was ist ob den da und seht sich doch vorquest pair%, der da. Und wer ist dieser Mann? Ich glaub das ist der Grund, warum er Freitags nicht kann. Es ist dida, 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 too. Es ist dida, 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 genau, dida, 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 too. Es ist dida, Freitags ist die Dida, 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 die, da, dida, dida, genau, dida, 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 dida,不對a, hey. Es ist dida, freitags ist die Dida. Ah, ah! Schauen wir mal rein. Dankeschön! Markus Brücker für euch! Aber ich bin als nächstes ein schönes Stück von Ram Jam. Ich bin als nächstes ein schönes Stück von Ram Jam. so Musik 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 Musik